Hallo, ich bin Barbara Frühwert. Ich unterrichte Blockflöte für die Jüngsten in der Musikschule Krems. Wenn du beginnen willst mit der Blockflöte, dann bist du mit mir genau richtig. Wir lernen kleine Kinderlieder und auch schon etwas anpruchsvollere Lieder, die du dann ausbauen kannst und zur ganzen großen Blockflötenfamilie dann übergehen kannst. Es wäre von Vorteil, wenn du die Elementare Musikpädagogik besucht hast oder wenn du schon über sechs Jahre alt bist, dann steigen wir direkt in die Blockflöte ein. Nun ist es doch so, dass die meisten Kinder mit der Sopranblockflöte beginnen in der Musikschule zu lernen. Das hat den einfachen, praktischen Grund, weil die Finger einfach noch viel kürzer und viel kleiner sind. Wer aber schon längere Finger und größere Hände hat, ist sehr gut beraten, Altblockflöte zu spielen. Wenn er diese Musik spielen möchte, dann war die Altblockflöte das Hauptinstrument. Deswegen nennt man sie im Englischen auch The Common Flute, also die allgemeine Flöte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017